Willkommen zurück wieder zu Dragon Ball Zellbus Fury auf der Suche nach der Wahrheit. Natürlich sind wir dabei noch alles zu kompletieren und so weiter, angefangen Sidequests noch. Und der Ort, den wir suchen, der muss irgendwie unten sein. Da muss irgendwo ein kleines Dorf geben. Zumindest was vorher, ob es jetzt noch geht, naja, hoffentlich schon. Das Dorf war hier. Hier irgendwo diese Insel war vor eben so ein kleines Dorf eben. Hm, vielleicht ist das jetzt nicht mehr geht? Also das wäre jetzt mal echt im vollbeschiessen Sinne von, ja, vorher ging es mal, aber jetzt nicht mehr. Nö, nö, jetzt ist es vorbei. Eine Quest wird es halt auch bedingt ist. So etwas hasse ich wie die Pacefram, wenn es nirgendwo steht. Ah ne, hier ist es ja. Da haben wir ein Schwein gehabt. So, nochmal. Super Saiyan. Einfach nur alles können. Wir haben das können. Oh. Heute gar nichts mehr. Hallo, Huhn. Du, 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 du und tschüss. Und der Zweite und der Dritte. So irgendwie unten war es doch. Wir müssen noch ganz, ein bisschen nach oben und dann nach rechts. Ah, der hat halt schon wieder. So, und dennoch, wenn ich hier weitergehe, müsste ich dort zu diesem Leuchtturm kommen. Yo. Und ihr wollt eben ein Hühnchen haben. Ja. Du hast da eine Türke. Give me some Herkul-Aid. I'll give you something cool. Aber das überhaupt? Noch eins. Alter. Äh, aber das auch? Wir müssen glaube ich einfach alles bei ihm kaufen. Oh, ich glaube das aber jetzt nicht. Verdammt. Mir erfüllt ein Dinosaurier-Schwanz. Du, du, du. Klingt irgendwie falsch. Ich weiss, aber es ist so. Eigentlich auch ein paar Dinge von ihm. Also wäre natürlich schon geil, wenn die restlichen, die wenig von der Story her finden direkt, dass wir die bei ihm bekommen würden. Oder generell alle, die wir noch gar nicht gefunden haben. Wir können ihn auch so machen. Wir sagen, okay, ähm, das Spiel sagt uns, yo. Bei ihm kannst du die restlichen noch alle haben. Aber, du musst, äh, was spezielles kaufen und uns weiter viel Geld ausgeben. Flame, Kameame, übrigens gar nichts. Also, schon, aber nicht viel. Bö, ein Teil. Natürlich, hier steht's, also finde ich auch so ein Quatsch. Jetzt habe ich eine neue Technik und so weiter. Aber das steht hier nicht. Ich kann auch nichts switchen und so. Ja, ich weiss ja, die Fusion sehe ich jetzt auch. Oder merke vor allem. Aber es hat einfach nichts angezeigt. Jeder finde ich schon ein bisschen schwach vom Spiel. Hm. Ja, was soll's. Man kann nicht alles haben. Du, 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 du. Ich frage mich, ob wir eigentlich diese Herkul Exibites überall finden. Also, sprich, finden nicht finden, sondern, äh, zeigen können. Oder betrachten können. So, irgendwo mit dem Schuh draus. Wobei, ich glaube, das war doch auch in der Westen Hauptstadt, wa? Ich muss fassen, da gibt es sonst fast nichts mehr in der Welt. Ups. Ich wollte ein bisschen überspringen, zum abkürzen. Das war Lilith Fail. Der A, B, Lull 3. Oh wei, oh wei, es ist der Lull 3. Pff. Hebe ich nicht hier, wieso? Egal. Es ist der Hauptstadt, wir kommen. Wir sind gleich da. Oder mal gucken. Wow. Der Saujotain. Wieso denke ich, er kriege ich den? Er hat auch hier wieder. Ich meine, ganz ehrlich, überraschen würde es mich jetzt nicht. Ob das etwas, ihr so mässig ist, äh, verzweifelig irgendwie. Ich weiss, er kauft dort nochmal alles einmal. Damit wir einfach alles haben. So. Equipment. Nuggetjam, Bluebell, Dinosaur, der fehlt. Verdammt, wo ist denn der? Ich hoffe, den finden wir noch. So, jetzt mal gucken. Wo ist jetzt das Teil schon wieder? Oh, das ist in Satan City. Wenn klug ist, was in Satan City ist. Nur weiss ich nicht mehr, wo die scheiss Stadt war. Ja. Fangen wir auf den Steak. Ja, du gehst auch. Verdammt, wir kommen nach Satan City. Natürlich nur, weil es doch dort ist. Nö, wir haben da noch genug davon. Satan City. Wo war die Stadt schon wieder? Ich kann natürlich nachgucken. Meinen ersten Parts sind es so, aber... wäre eigentlich schon lieber, wenn ich es direkt auf Anhieb finden würde. Äh... Moment, was? Switchen auf. Aha, ja, nun so. Da sieht es aus, wie er auf wie geht da. Aber nein, der ist ja da. Wo war er weg? Wie du da weg? Satan City. Ist das nicht die Stadt, die gleich hier oben liegt? Hier! Da ist ja schon und doch kann es auch nicht betreten. Da ist die Satan City schon wieder. Das ist die tödliche Wüste. Trassieren. Den Wald waren wir auch schon. Interessanter Ort. Ja, aber nicht richtiger. Hier oben. Naja. Die nördliche Hauptstadt, aber auch, falls hier wäre, kann ich nicht landen. Ich habe fixen zugenäht. Da fliegt bloß etwas. Äh. Jo. Ich finde das Teil einfach nicht mehr. Vielleicht geht es doch gar nicht mehr zu betreten. Nein. Ich meine. Ich würde da gar nichts. Ja. Vielleicht bringt es doch noch Platz zu machen. Oh. Jo. Ich glaube schon. Ja. Schade. Schade. Ja. Okay Leute. Das bringt nichts zu suchen. Ich finde es eh nicht. Also. Zurück zu Gottes Plattform. Und wir take a nap. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. In der Battle he's become almost pure evil. Was? Ich würde fast das pure böse. Aber wir können ihn trotzdem beat, oder? Es ist schwer zu sagen. Gauteng should be able to put up a good fight. Oh no. Ich bin los. Machu ist hier. Ich habe dich endlich gefunden. Ich habe dich gefunden. Ich habe dich endlich gefunden. Ich habe mich gemeldet. Ein guter Kampf. Frodo ist der Challenger. Welcher von euch ist es? Bist du es? Nein, nein. Ich bin es nicht. Wer ist es? Er ist nicht hier. Ich meine, er kann jetzt kämpfen. Er ist schlafen. Ich denke, du musst ihn dann einfach wagen. Wannst du? Nein. Er braucht seine Ruhe zu. Group 5. But wouldn't you rather fight him at his maximum? You want a real challenge, don't you? I don't want to wait. Waiting isn't fun. Haha. Und ich will fun. The promise was made for two days. We'll stay half a day left. Aber ich bin jetzt hier. Oh, listen. All we are asking for a day. Nein. We just need a little time. Please, at least, just give me one hour. Eine Uhr? Eine Uhr? Was ist eine Uhr? Nicht... Nicht eine Uhr. Eine Stunde. Schau mal. Das... Wäre kein Zauber und Krass. When the last grain of sun in this hourglass reaches the bottom, an hour will be over. Niemand dauert zu lange. Warum nicht? Es ist bloß eine Stunde. Laut Muffgirl. Say goodbye. Wippu, das ist Hercules Dottor. Hercules? Hm. I will wait for one hour. And then I will kill you all. Okay. Also kann sie nicht töten? Obwohl er nicht mit einer guten Buss und so weiter. Faszinierend. Hm. Natürlich bringt Krellin sie hin. I can train six hours and don't fall around in there. Okay. Viel Glück, Leute. Danke. Und jetzt? Hm. My body feels kind of word and heavy. Und jetzt soll ich machen. Let's spar! You're one! Aua! Ups, ist an einem Fehler. Au! Hm? Sonst muss man sparen, wahr? Überhaupt noch, oder? Nein! Aua! Das ist ständig rausgeschmissen werden. Kann ich eigentlich raus? Nicht, dass er es will, aber es wäre schon cool. Okay, hier gibt's auch nichts. Dann nochmal ganz gut zu speichern. Natürlich ein super Saiyajin ist klar. So. Woowiii! Wir können schweben! Äh. Okay, das ist schon etwas Trigger im Sinne von. Ja, jetzt kommt er bereits. Und jetzt? Mhm. Das war jetzt something out. Okay, fusionieren wir. Äh. Ich wollte einen noch ein bisschen umgucken. Das waren erst 30 Minuten. Ich bin nicht erwartet. Ich bin nicht erwartet. Komm raus! Kannst du mich hören? Ich zerstöre hier alles. Okay, ich bringe ihn zu ihm. Diesen Weg. Ich bin nicht erwartet. 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 Du bist nicht erwartet. Wie ist denn? Fusing to go things as quick as you can. Äh. Will ich aber nicht. Ja. Äh. Äh. Sorry Leute. Ich wollte mich noch ein bisschen umgucken. Das kann mich nicht an, dass es direkt losgeht im Kampf. Warte mal ganz kurz, wir haben das Spiel Reset. So, dann sind wir wieder zurück hier bei Drakmar Seppu's Fury. Wie gesagt, ich fand das ziemlich fies, dass ich losgehen sollte und so. Und erst noch ein bisschen umgucken. Ist er zu viel verlangt? So. Something to eat, okay. Normales Blank und so weiter. Schwankstab fasst sein Level ab. Schön, schön. Jetzt zahlt die Frage. Ganz kurz safen. Wo komme ich jetzt mit Schwanks überall hin? Ist hier irgendetwas, können wir vielleicht noch irgendwie trainieren? Oder ist es einfach nur just for fun? Das will ich zumindest noch wissen. Na, okay. Ist jetzt schon so aus. Was wird es nicht so viel bringen? Und ich da hier war. Okay. Gut, aber dazu. Trotzdem kann ich noch ein bisschen trainieren. Und 106. So. Wieder etwas essen, wa? Ja, ich würde jetzt eigentlich gerne in Schwanks noch ein bisschen trainieren. Weil ich glaube nicht, dass es sonst wieder zum Trainieren kommt, wa? Gut, dann ist er noch 14. Schwanks sinkt noch ein bisschen hinterher. Genau, 8 Level, älter Schweden. Andererseits, es gibt ja jetzt sehr viele Erfahrungspunkte hier. Ne, es lohnt sich nicht. Ich meine, da können es zwar aufsklingeln und noch ein bisschen trainieren und so, aber ne, da ist es doof, da bringt echt nichts. Gut, ich mache nochmal und dann, äh, geht's los mit dem Kampf, wa? Zwischen Janamba, oh äh, Janamba sag ich schon. Mann, zwischen Gotenks und Pew. So. Der Rest kann ich bereits, kann alles überspringen. Ja, ist genug. Bla, 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 bla. Er rastet aus. Bö, bö, bö. So, Piccolo will natürlich die Tür zerstören, falls wir es nicht schaffen. Um Buu somit im Raum von Geist und Zeit einzuschliessen, der alte Fuchs. Äh, ups, hab ich nicht richtig geguckt. Nice to see you again, my chimbu. Ah, yes, there's my fight. No one else is around to witness your final hour. Final hour? That's pretty clever. You're in for a big surprise and my fists start flying. Woah. So schnell, wa? Woah. Was denn das? Das ist aber gemein. Nein, man. Super Ghosts! Klappt nicht, okay. Super Ghosts! Super Ghosts! Klappt nicht, okay. Muss ich irgendwie super sehen machen. Zwar ganz schnell. Äh. Ich will noch ein bisschen scannen, wa? Wo ist der Buh? Wo ist der Buh? Der Buh ist absort, der Mysteriös. Evil Buh. Die Evil Buh transformiert in Super Buh! 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 So. Du 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 du. Wants an evil villain. Naja. Das ist schon lange her, als nur Statist. Buh! Quatschen geht auch nichts! Komm schon! Transform into Super Saiyan! Was ist denn der da unten? Das kann ja mal eine Chance sein. Das so auszunutzen! Super! crap! Boopaa! Bobo разных Ball! Jacqu yes! Au! Ich hab es immer ner für Level. Meine Kombination. Ja, das ist ja allein. Ja. Zaun! Ya! Levellar ab für Gotenks! Komm schon! Mach rum! was新ut pulses Evans! SchwёER. Ok. Angst. Aha, super. Das muss er so verteilen. Oho. TüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüCH. Oh, der Kram hat nicht lleg��iy dieellseh My father. Wir haben ge raging, wir haben ge можем Justi. Jetzt können wir richtig rauslegen! Ich kann nicht mehr kämpfen. Es ist kein Wettbewerb. Ich habe keine Kraft. Was machen wir jetzt? Das bedeutet, dass es nur eine Sache gibt, was wir jetzt tun können. Wir sind gefangen. Wir sind gefallen hier. Piccolo, bist du ein Arsch? Aber, wie können wir jetzt Süßigkeiten essen? Wir nicht, weil es keine hier gibt. Kein Eis-Krieg, kein Schokolade. Piccolo, wer hat dir gesagt, wir blocken uns hier? Für die Informationen, ich helfe immer mit meiner Best-Technik. Du hast gerade gesagt, du hast keine Power mehr. Du hast nur gesagt, dass alle ein bisschen dramatischer werden. Fantastischer und das wird alles für einen Scheiss. Was? Du hast die ganze Welt auf den Risiken. Du bist ein Idiot. Du bist der Idiot, Mann! Sag mir, da gibt es keinen Weg raus. Wie viele Süßigkeiten? Wie viele Süßigkeiten jetzt? Lass mich raus! Äh... Äh... Somehow, er hat eine Ripp in der Fabrik in der Raum und der Zeit ist weg. Oh-oh, nicht gut. Ähm... Ripp in der Menschen, willkommen in unserer Sprache! Willst du versuchen? Okay, wir werden schreien! Yeah! 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 Ich bin nicht gelaufen, dass ich jetzt keine Minen bin. Scheisse, das klappt nicht! Ah, da ist keine Leute, um es zu sehen. Ah, da muss ich es halt so machen. Ich bin nicht gelaufen! Ich bin nicht gelaufen! Ich bin nicht gelaufen, Jibu! Aber du hast nicht erwartet, dass du uns wieder wiedersehen kannst! Hm, das sieht anders aus! That's right! And not only that! I'm stronger, fast and ready for action! Äh... Hm... Was sind die anderen? Was hast du denen angetan? Die sind in mir... Was? Du meinst, hast du sie gegessen? Ja! Jeden! Sie waren sehr lecker! Nein! Du willst ja viel bezahlen! Nicht meine Eltern! Ja, toll war denn hier jetzt einfach ein Super-Seigen-Move! Ja, gut! Passt, ja! Schwachen geht gar nicht! Wow, wie es weitergeht hier, Freunde, bei Dragon Ball Z-Boost Fury! Ui! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder! Und in diesem Sinne, danke fürs Zusehen! Und äh... Tschüssikowski! Tschüss! Und äh... Buh! Was machen wir durch die Hose? Aua!